Wenn du ein Handy von Samsung hast, gibt's den ganz einfachen Trick, um rauszufinden, ob bei deinem Handy noch alles in Ordnung ist. Und das musst du tun. Öffne die Telefon-App und geh auf Tastatur. Hier tippst du den Code Sternkreuz 0 Sternkreuz ein und sofort öffnet sich ein Menü. Hier kannst du alle möglichen Funktionen von deinem Handy in einer Art Testmodus ausprobieren. Die Grundfarben von deinem Display, Rot, Grün und Blau. Okay, das ist wild. Ob euer Touchscreen an allen wichtigen Stellen noch funktioniert. Ob der Vibrationsmotor noch in Ordnung ist. Deine Sensoren im Handy und ja, so soll es tatsächlich aussehen. Alle Lautsprecher, alle Kameralinsen und noch so einiges mehr.